Willkommen zurück zu den wilden 30ern hier bei Cuphead für die Switch und dieser Schleim hat uns wahnsinnig gemacht im letzten mal das versuchen wir jetzt mal gehen wir jetzt mal weiter wir gibt es verschiedene Wege wir können hier links gehen da kommen wir nicht wirklich hoch das macht ja aber nichts wir können hier links gehen aber hier gibt es keinen wirklichen Weg also wenn ich nur zurück und da unten war ein Mausoleum waren wir schon als wir gehen erstmal hier hoch aber das ist eine Tante die man das reden will wie bitte ihr wollt auch mal mit dem Flugzeug fliegen ihr bekommt erst ihr kommt erstens Kocke wenn ihr diese Baupläne studiert habt aber das muss ich schwer sein jetzt geht's ab Bauplan Flugzeug ich finde die Animation einfach so herrlich halten für schnell Feuer spezial okay parieren jederzeit drücken um die pinken Objekte zu annullieren oder mit ihnen zu interagieren mini gedrückt halt um kleiner und schneller zu werden sobald ich los das ist aber wieder normal gut gespannt Da muss man eigentlich die Steuerung auch aus dem Schlaf kennen, glaube ich, gleich. Weil wir uns klein machen müssen. Schätze, ihr zwei Tässchen seid bereit für die Lüfte. Aber denkt dran, die Vögel, in denen ihr fliegt, haben so ihre Kniffe. Eure coolen Bodenangriffe funktionieren da oben nicht. Wobei ihr könnt immer noch parieren, wie die Großen. Denkt dran, euch im Ernstfall zu schrumpfen. Aber Vorsicht, wenn ihr klein seid, ist euer Reichweite kürzer. Dann mal viel Glück. Achso, ich kann nur ihr bei ihr fliegen, ne? Ne. Geh raus da, zack. Gefahr am Himmel. Na gut. Bin gespannt. Das Match wird rote heiß. Hier geht's. Okay, ich hätte auch damit intergieren können. Oh. Nein. Shit. Oh. Okay, also. Oh. Ich glaube, passend, dass der eigentlich ganz gut trifft. Genau. Die Animation ist einfach so herrlich, finde ich. Oh. Ich hab's ja gerade eben auch schon gesehen. Und ich hab's wieder so verreckt. Nein. Nein. Boom. Da kriegst du ab, du blöde Tante. Oh. Oh. Jetzt sind wir gekommen. Boah. Alter, schwer. Oh, schwerer Spiel, ey. Oh, ich bin einfach nur schlecht. Kann's ja auch sein. Das ist vielleicht doch nicht so schwer. Vielleicht bin ich einfach nur scheiße. Alter, diese blöde Exel. Jetzt mal mal drin. B***. Oh, Glück hat. Kommt ihr zurück? Ein Bullen dabei? Oh. Oh. Oh, nein. Okay. Jetzt kommt sie zurück. Oh. Wer ist er denn? Nein. Amor. Amor mit den bekackten Pfeilen. Ein großer Schlamm und dann, son. Du bist auf. Der Pfeil kommt zurück. Oh. 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 das kommt er wieder an dessen fest ist ein akademisch da hätte ich mal vor aufgepasst okay ich so wenig weit gekommen das schrumpen muss ich noch gar nicht einsetzen das ist ein fehlender ein ein bisschen noch Oh nein! Das ist bestimmt nicht so gut, dass ich sie geflogen habe. Oh nein, das war natürlich auch dumm von mir. War die beiden okay. Oh nein, ich bin gegen sie geflogen. Man muss auf so vieles achten. Oh nein, oh diese Scheiß. Ich lache von dir. Okay, können wir uns gleich umbringen. Mit einem Ding kommen wir nicht weiter. Hier ist ein echtes hochklasse Wettbewerb. Hier geht's! Jetzt hab ich nur nicht so dicht an sie ranfliegen, glaub ich. Ist eingemassen hingekommen. Oh, okay, das hat Glück. Was ist er denn? Jetzt kommen auch immer wieder neue Sachen aus. Okay. Da müssen wir schon aufpassen. Oh, er fällt hier einfach. Oh, der trifft mich auch sofort, das Ding. Man darf, muss da echt in Bewegung bleiben, ne? In Bewegung bleiben. Nochmal... ...knall auflohchen, blöchtern. Was ist fertig? Was dellkичigика? Was war die Brille von der Brille? Was war, du musst. Oh ja. Oh ja. Keine Brille von der Brille von der Brille? Oh ja. 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 Oh ja, oh ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020